Hallo Freunde von Rock'n'Roll! Wir freuen uns auf Enk im 7.3. in Faust beim nächsten Skikrossrennen und wir werden danach volle Los rocken und alles geben. Wir sind die St. Antonio Family und spielen am 7. März in Pfalz beim ersten Skikrossrennen vom Haflinger Pferdezuchtverein. Kämpft euch vorbei, bis bald!